Ja, hier ein kleines Update zu dieser Corona-Ampel. Ich habe eine neue Funktion gefunden. Man kann das doch mit und machen. Also, die obere Grenze, die ist ja ab 30, also ich sage hier neue Regel, Formel zur Ermittlung und dann sage ich, ist gleich diese Zelle hier, G14, wird auch schon angezeigt. Wenn die Größe ist, also ab 30, wenn die Größe ist, ab 29, dann soll diese Zelle hier rot formatiert werden. Okay, und unten hat man das Ganze mit grün. Also, neue Regel, Formel ist gleich diese Zelle, wenn die dann kleiner ist, als 20. Dann haben wir an dieser Stelle ein grünes Feld. So, testen wir es mal kurz. Also, halt nicht hier, sondern hier. Also, 15 haben wir das hier grün, das Feld und dann ab 30 müsste man hier oben rot haben. So, jetzt haben wir oben, haben wir das anders gelöst, im Feld selber. Es geht hier aber auch, indem wir hier sagen, bedingte Formatierung, neue Regel, Formel zur Ermittlung und wir sagen, ist gleich und, Klammer auf. Und jetzt müssen wir die Sache eingrenzen. Und zwar, wir gehen jetzt wieder hier auf die G14 und hier ist einmal größer 19 und, also Strichpunkt, also wollen wir zwei Argumente brauchen, wieder auf die G14 und dann, sagen wir einmal, kleiner als 30. Klammer zu und dann soll das Feld gelb formatiert werden. Okay, okay. So, dann schauen wir mal, wenn wir jetzt hier sagen 29, haben wir hier gelb, 20 auch noch und bei 19 grün. Okay.